So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Wir befinden uns mitten in einer Safari-Zone und es würde mich nicht wundern, wenn das die meisten gar nicht mitgekriegt haben. Denn während GO Games, da sehr hinterher ist, die ständige Artikel machen, sobald irgendeine angekündigt ist, wird das rausgehauen. Sobald es Infos gibt über eine, wird das rausgehauen. Ab dem Moment, wo man Tickets kaufen kann, wird das rausgehauen. Und von Niantic selber, beziehungsweise dem Pokémon GO Live.com Blog, Dings, irgendwas, da steht nichts davon. Gefühl, da ist, du kriegst keine Info, gar nichts. Vielleicht ist da wieder, na gut, Twitter, da gucke ich nie nach. Vielleicht weiß man es da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mich direkt auf Niantic so verlassen würde und auf die offiziellen Seiten, da habe ich da ein bisschen im Dunkeln. Momentan also die Safari-Zone Gojang, 23. bis 25. September, die ist jetzt am Laufen. Freitag, Samstag, Sonntag in Südkorea. Ist also sieben Stunden vor uns. Das heißt, wenn es bei uns 10 Uhr ist, ist da schon 17 Uhr. Nur mal so zum Verständnis. Die ist ja jetzt schon im vollen Gang. Warum ich das Video mache, weil jetzt für die nächste, nämlich für Taipei, Ab jetzt auch Tickets erhältlich sind, die man sich kaufen kann. Und mich würde es ja trotzdem mal interessieren, gibt es denn jemanden so aus der Community, der sich für Südkorea, also für Gojang, ein Ticket gekauft hat? Oder warum habt ihr euch ein Ticket gekauft? Warum habt ihr euch keins gekauft? Ich weiß, es sind viele Reisende auch unterwegs. Sie machen da kein Hehl draus. Und welche Safari-Zone ist besser? Wo gibt es die besseren Pokémon? Was war der Anreiz? Ich habe zum Beispiel bei Gojang gesehen, was ich total interessant fand. Da ist Shiny, Icognito, Y-Dot. Das erste Mal verfügbar. Deswegen, das wäre ein Highlight. Ich habe jetzt jetzt alle Shiny, Icognito, die meisten auch durch einen Tausch, durch Trader halten. Deswegen natürlich auch die Frage, wer vielleicht zufällig Gojang gespielt hat oder noch spielt und vielleicht sogar ein Y-Shiny dann doppelt hat. Ob der vielleicht sogar bereit wäre, das zu tauschen. Ich habe viele andere Icognito-Buchstaben oder irgendwelche anderen Dinge. Aber was gab es trotzdem eigentlich neu? Shiny, Icognito, Y-Dot war erstmals verfügbar. Shiny, Parfi ist released worden. Bei der Safari-Zone in Gojang war es dann auch wieder so, dass es eine Forschung gab. Und aus dieser Forschung garantiert kam ein Shiny, Parfi raus. Das war in der letzten Safari-Zone immer so. Selbst bei Voldobald damals, wenn man diese Forschung gemacht hat, hat man eine garantierte Begegnung mit einem Shiny bekommen. Venuflibis als regionales Pokémon. Ich habe ein 100er Venuflibis. Wäre an der Zeit, so eins vielleicht auch mal auf Level 50 zu pushen. Ob da Bonbons ausreichen, wäre in einer Safari oder nicht, ist einmal dahingestellt. Wenn man da welche fängt, kann man ja trotzdem aufheben, immer mal tauschen über Distanz mit jemand anderes, dass man dann noch mehr Bonbons bekommt. Ansonsten gab es viele Pokémon, die so ins Rampenlicht gestellt wurden. Raupi an erster Stelle, ein Pikachu, wieder mit so einem Safari-Hut, den es ja schon öfters mal gab. Also ist eigentlich auch nicht neu. Aber trotzdem irgendwie selten, weil der immer nur bei diesen besonderen Safaris aufgetaucht ist. Wer da noch nicht das Shiny hat, wäre das vielleicht interessant. Tratini, sehr cooles Pokémon. Shiny, E-Cognito, A, G, N, O und Y. Y eben komplett neu. Dann habt ihr Wumpel. Okay. Drassler, auch sehr gutes Pokémon, haben aber zuletzt eh als Rampenlichtstunde gehabt. Wir haben hier G-Wire, wir haben Zobiris, vielleicht für GBL, für manche interessant oder wegen dem Shiny oder wegen der Mega-Entwicklung oder was auch immer. Sucht's euch aus. Ähm, Vadribje, Vadribi, Shiny, weiblich, vielleicht für viele noch ein Highlight. Wumpel, ach Wumpel, hier, Dings, Mann, Cotton-Eye, Cotton-Eye, wie heißt's denn? Das ist, äh, das halt, keine Ahnung, das lenkt mich ab, wenn hier die englischen Namen stehen wie Spritzi. Das ist halt ein paar, hier heißt's halt einfach Spritzi, okay. Blaues Flabebe, ne? Das ist doch Wumpel. Bin ich doof jetzt oder was? Ja klar, ist das Wumpel. Was hab ich denn gesagt? Wumpel, 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 Wumpel auf jeden Fall. Ich weiß aber schon, die meisten werden sagen, ja gut, das ist alles jetzt nichts Besonderes für mich. Weder die Reise wert, noch das Geld wert, sich so ein Ticket zu holen. Hm. Wie sieht's denn jetzt aber aus mit der neuen aktuellen, weil die ist ja für viele, der das sowieso nicht, also die, die dort sind, sind eh schon dort. Da brauchst du gar nicht fragen, holt ihr euch das oder nicht, keine Ahnung. Wie sieht's mit Taipei, Taipei aus? Taipei, Taipei, Tita Toh. Da ist das Ganze nämlich ein bisschen anders für mich gefühlt. Die hat positive und aber auch negative Aspekte. Dafür gibt es jetzt ab jetzt Tickets, Pups, sie hat mir doch gestern extra Bescheid gesagt, dass es ab jetzt Tickets gibt. Ich hab das wieder nicht gesehen. Sie hat gesehen, dass GoGames einen Artikel rausgebracht hat, ich nicht. Die findet nämlich statt vom, vom 21. Oktober bis 23. Oktober, also ungefähr einen Monat. Und dann gibt's ja am Ende noch eine im, äh, November. Aber da wird sicherlich dann auch noch was kommen. Hier seht ihr also, was ist speziell für diese Safari? Hier sind ja gar keine Bilder da, sind die verrückt? Speziell für diese Safari? Hm, nix. Also Phineon wird's neu als Shiny geben, Corazon und Pachirisu tauchen beide als Regionale auf. Pachirisu auch, eigentlich eher selten, ja. Corazon gab's ja irgendwie gefühlt jetzt trotzdem schon öfters. Pachirisu ganz süß für viele, äh, neues Shiny wie immer, aber wird man dann nachher auch weltweit bekommen. Icognito ist hier ein T, T ist jetzt kein seltener Buchstabe, T ist fast immer in jedem Wort mit drin gewesen, gefühlt. Und ein Pikachu mit Luftballon, so wie sie in Okinawa zuletzt war. Gucken wir mal direkt, was hier steht, weil hier ist irgendwie mehr bekannt. Und hier steht mehr drüber als bei dem anderen Zeugs. Vier zusätzliche Spezialtausche können gemacht werden, fünf also insgesamt. Okay. Vier zusätzliche, fünf gesamt. Fünfzig Prozent weniger Staub fürs Tauschen. Eine kurze Spezialforschung, event-exklusive Feldforschungen für unter anderem Pikachu mit Safari-Hut. Aha, denn das Pikachu mit Safari-Hut gab's ja in der Gojang, eben wild. Dort wird es aber dann das Pikachu mit Ballons geben, wild, aber das mit Safari-Hut trotzdem aus Feldforschungen. Diese kurze Spezialforschung, die da ist, wird auch wieder dazu dienen, dass man eben dieses Finion garantiert in Shiny auch einmal bekommt. Rauch, acht Stunden, Lockmodule, vier Stunden, erhöhte Chance auf Souvenirs vom Kumpel, mit denen man eigentlich eh nichts macht. Kumpel finden eventuell ein exklusives Papierflugzeug als Souvenir. Das wollte man schon immer haben, oder? Wilde Pokémon. Spieler, die das Live-Event vor Ort besuchen können, folgende Pokémon erwarten. Pikachu mit einem grünen T-Shirt. Das ist neu. Wird dann auch wieder was ganz Besonderes sein. Natürlich auch Shiny. Immer wenn ein S dahinter steht, kann es Shiny sein. Pikachu mit verschiedenfarbigen Ballons. Pikachu mit grünen Ballons. Also zwei verschiedene Pikachu-Ballons. Diese verschiedenfarbenen sind wahrscheinlich die von Okinawa. Kann ja auch nicht sein. Ist ja Taipei. Also die normalen, die es bei uns gab zum Luftabenteuer. Sehr verworfen. Schön, dass da Bilder da sind. Pikachu mit grünen Ballons haben wir auf jeden Fall noch nicht gehabt. Grünes T-Shirt haben wir auch noch nicht gehabt. Dodo, Jurope, Tangela, Sichlor, Relaxo, Endivie, Togetic, Merrill, Icognito, T, P und E. Ich glaube, P ist noch mit der seltenste Buchstabe davon. T und E sind halt relativ häufig da. Corazon. Achso, ja, Corazon. Shiny, genau. Shiny Corazon gibt es ja auch. Ist da vielleicht eine gute Möglichkeit, nochmal an den Shiny ranzukommen, wenn er noch keins hat. Ist auch sehr beliebt natürlich. Auch kleines, süßes Pokémon. Luturzel, Wingull, Warplu, Pachirisu, Phineon, Somniam, Monozyto, Kastatur, Scampisto. Was ist cool davon eigentlich? Jurope, GBL, Tangela kannst du mal hier als Entwicklung machen. Hier, Tangolos ist eigentlich recht stark. Sichlor, XL-Bombombs, Mega-Sichlor. Relaxo-Shiny ist auch immer cool, braucht man unbedingt. Corazon-Shiny haben wir schon gesagt. Pachirisu für die Sammler. Phineon neu als Shiny. Kastatur auch eigentlich ein relativ seltenes Shiny. Hier ist auch ein Bild abgebildet von Phineon. In der Shiny-Variante wird dann einfach von blau zu braun. Pikachu. Die kostümierten Pikachu im grünen T-Shirt. Mit den grünen Luftballons wurden kürzlich in der Dardamine entdeckt. Dann steht nochmal was. Pokémon Luftabenteuer. In Kooperation mit Pokémon Air Adventure. Findet zeitgleich im gesamten Stadtgebiet von Taipei ein zusätzliches Event statt. Pokémon Air Adventure. Haben wir ja auch schon erlebt. In Okinawa an sich. Mega-Latias und Mega-Latios erscheinen in Raids. Also wundert euch nicht, wenn manche sagen, hä, wieso hat der ein Latias gefangen und der ein Latios. Ich denke, es ist gerade das da. Weil wieder ein Luftabenteuer ist mit Mega-Legendären. Team-Go-Rocket erscheint häufiger. Pokémon Luftabenteuer-Aufkleber. Konfetti. Pikachu mit grünen T-Shirts wild. Pikachu mit grünen Ballons wild. Relaxo wild. Also selbst wenn ich bei dieser... Selbst wenn ich bei der Safari mit dem Ticket dabei ist, könnte trotzdem in Taipei über das Luftabenteuer eben diese zwei besonderen Pikachu kriegen. Macht eigentlich die Safari-Zone dann doch wieder noch ein bisschen weniger interessant mit Ticket. Wenn du die neuen Pikachus auch ohne Ticket kriegst. Die, äh... Icognitos alle drei nicht neu sind, sondern schon da sind und ich die auch schon habe, natürlich. Das Finion sowieso danach weltweit released wird für jeden. Also was bleibt dann noch übrig? Also welche findet ihr interessanter? Gojang oder Taipei? Für welche habt ihr euch ein Ticket geholt? Oder werdet ihr euch ein Ticket holen? Habt ihr eine gespielt? Was haltet ihr generell von Safaris? Wenn eine in Deutschland ist, würde ich sagen, auf jeden Fall hingehen, auf jeden Fall mitmachen. Lohnt sich immer. Egal was für Pokémon auftauchen. Aber hier weiß ich nicht. Weiß ich jetzt schon, dass es halt heißt, ist eigentlich eher uninteressant. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Es ist nämlich eine Minute vor zehn und in einer Minute muss ich anfangen mit Schild Teil zwei. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.